Hey Leute, herzlich willkommen bei Wissenswert. Heute erzählen wir euch die Geschichte von Dujiz, einer Katze, die schon so einiges erlebt hat. Vor drei Jahren hatte die Siam-Katze einen schlimmen Unfall. Sie wurde von einem Auto überfahren und ihr Leben hing einem seidenen Faden. In so einem Fall hätten die meisten Tierärzte sie wahrscheinlich eingeschläfert, doch die Ärzte gaben alles und operierten in einer aufwendigen OP den stark gebrochenen Kiefer der Katze. Eine Tierarztassistentin verguckte sich so in den Kater, dass sie ihn anschließend bei sich aufnahm. In den Wochen danach erholte sich Dujiz nur langsam. Sie musste über eine Magensonde ernährt werden und benötigte auch sonst starke Pflege. Wegen ihrem deformierten Kiefer kann sie zwar nur Suppen und Flüssignahrung aufnehmen, aber inzwischen isst sie wieder wohl auf und genießt das Leben. Sie ist unter anderem auch bekannt als die Miracle-Kitty, also die Wunderkatze. Was denkt ihr denn über die Geschichte und habt ihr auch selber Katzen? Schreibt uns mal über eure Haustiere, wir sind sehr gespannt und wir sehen uns das nächste Mal hier bei Wissenswert, hier jetzt noch ein paar weitere Videos für euch zur Auswahl. Macht's gut, wir sehen uns und bis dann! Bis dann!